Die Börsenminute von Julia Kistner Die Scheidung nach 27 Jahren Ehe mit Melinda dürfte Microsoft-Mitbegründer Bill Gates eine ganze Stange Geld gekostet haben. Aber was kostet für den viertreichsten Mann der Welt schon die Welt, der laut Magazin Forbes 133 Milliarden US-Dollar besitzt? Und was kostet den Seiten wie diesen schon ein Luxushotel? Bills Investmentfirma Cascade stockt jetzt seine Beteiligung an der Kette Four Seasons auf 71,25 Prozent auf, die insgesamt mit 10 Milliarden Dollar bewertet wird. Der Deal spielt dem Verkäufer der Anteile, dem saudiarabischen Prinz Al-Walid bin Talal, der auch Anteile am Fahrdienstleister Lyft und an der City Group hält, 2,21 Milliarden US-Dollar in die Kasse. Das ist nicht nur aus Schlüssellochperspektive interessant, sondern auch aus Investmentsicht, was die Reichen da so kaufen und vor allem was sie verkaufen. Bill hat im Juli auch um 279,34 Millionen US-Dollar weitere Anteile an Warren Buffetts Beteiligungsholding Berkshire Hathaway erworben. Genau so viele, wie er drei Monate zuvor abgestoßen hat, vielleicht wegen der Scheidung. Endgültig verkauft hat er übrigens auch am 31.03. seine letzten Stück Apple-Aktien um 155 Millionen US-Dollar. Wo man sowas liest? Auf der Insider-Plattform gurufokus.com. Alles Gesagte ist nur die persönliche Meinung von Julia Kistner und daher keine Anlageempfehlung und keine Rechts- und Steuerberatung. Für Verluste, die aufgrund von getroffenen Aussagen entstehen, übernimmt die Autorin Julia Kistner keine Haftung.